Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, die News bei RohstoffTV. Nach dem sensationellen 7 zu 1 gestern, ich kann mich nur wiederholen, Gratulation an die deutsche Mannschaft, kommt Altona Mining mit hervorragenden Nachrichten. Altona Mining verkauft ihre finnischen Betriebsteile für 95 Millionen US-Dollar an Boliden. Boliden ist ein in Schweden ansässiger Basismetallproduzent und betreibt auch Schmelzen. Boliden kauft momentan das gesamte produzierte Konzentrat von Altona aus dem Autocumbo-Betrieb. Kerngeschäft des Unternehmens ist der Bergbau, Exploration, der Betrieb von Erzschmelzen und das Recycling von Metallen. Boliden beschäftigt ca. 4.800 Eingestellte weltweit und setzt ungefähr 5,4 Milliarden australische Dollar um. Was sind denn nun die Bedingungen der Transaktionen? Boliden bezahlt Altona 95 Millionen US-Dollar für die Vermögenswerte plus ca. 5 Millionen US-Dollar für Anpassungen des Arbeitskapitals und der Nettokapitalausgaben während der Abschlussperiode. Dies entspricht ungefähr 106 Millionen australischen Dollar in bar. Es werden 10 Millionen US-Dollar in einem Treuhandkonto verwahrt. Die Transaktion bedarf noch der Genehmigung durch die finnischen Wettbewerbsbehörden und der Genehmigung durch die Aktionäre von Altona. Nach Abschluss der Transaktion dürfte Altona zwischen 120 bis 125 Millionen australische Dollar Barmittel besitzen, nach Abzug aller Kosten. Je nach steuerlichem Rat sollte das Unternehmen genug steuerliche Verlustvorträge besitzen, um jegliche steuerliche Anforderungen meistern zu können, die sie aus der Transaktion ergeben. Was sind die Vorteile für die Aktionäre? Die Transaktion ergibt eine Barzahlung an die Aktionäre von ca. 15 Cent pro Aktie, was ungefähr Altonas Aktienpreis der letzten drei Monate als Durchschnitt entspricht. Es entspricht aber auch ca. 80 Millionen australischen Dollar, die an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Nach der Transaktion besitzen die Aktionäre immer noch ein starkes, aber einfach strukturiertes Unternehmen mit viel Potenzial für gute zukünftige Erträge, entweder aus einem Joint-Venture-Abkommen oder dem direkten Verkauf des Little-Iva-Projektes. In einem anderen Licht besehen hat Altona eine Marktkapitalisierung von 88 Millionen australischen Dollar gehabt vor der Transaktion und über 18 Millionen australischen Dollar an Barmitteln. Der implizierte Wert des Marktes für die finnischen und die Vermögensverwerte in Queensland liegen demnach nur bei 70 Millionen australischen Dollar. Die realisierten 106 Millionen nun für Finnland. Alleine zeigen den enormen Wert von Altona und ergeben einen Aufschlag von ca. 50% des alten Marktwertes der Altona Aktien. Wie kommen nun die Mittel bei den Aktionären an? Die Rückzahlungen gehen hauptsächlich als Kapitalerträge an die Anleger zurück und ein Teil davon als Dividende. Der relative Anteil einer Dividende am Kapitalrückfluss wird noch bestimmt werden, wenn die australischen Steuerbehörden sich geäußert haben und eine eindeutige Regelung vorliegt. Man erwartet für die meisten Steuerzahlen in Australien, dass der Kapitalrückfluss steuerfrei sein wird. Warum werden nun ca. 80 Millionen Dollar an die Aktionäre überhaupt zurückgegeben? Altonas Hauptziel war es schon immer, langfristige Aktionärswerte zu schaffen und die Aktionäre für ihre Geduld zu belohnen, gerade in diesen harten und volatilen Zeiten. Nach der Transaktion wird das Unternehmen immer noch gesunde 40 bis 45 Millionen australische Dollar Barmittel besitzen, keine Schulden haben und viel Steigerungspotenzial für die Aktionäre mit sich bringen, indem man die Werte hoffentlich dann in Australien heben wird. Altona konzentriert sich nun auf seine australischen Vermögenswerte und ist nun ein klar aufgestelltes Unternehmen und kann das Little IWA-Projekt voranbringen. Wir gehen davon aus, dass das Management einen Plan in der Tasche hat, um das Projekt schnell weiterzuentwickeln oder hoffentlich dann für einen stolzen Preis verkaufen zu können. Wir sind auch gespannt, wann die ersten Nachrichten aus dem Roseby-Projekt in seinem südlichen Teil kommen werden, da hier ein Explorations-Joyant-Venture mit dem chinesischen Staatskonzern Chenai-Kuppe steht. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Viel Spaß beim Fußball. Tschüss aus München. Junge